Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Dezember 2013 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Hamburg-Schnielsen. 1999 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 85 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 790 €. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Etagenwohnung Die Etagenwohnung Die Etagenwohnung